Doch wehe dem Armen, der nach Meinung der SS-Leute nicht fest genug zuschlug. Er musste fürchterlich dafür büßen. Die jüdischen Gefangenen waren überhaupt den empörendsten Qualen ausgesetzt. So sah ich einmal, wie zwölf jüdische Häftlinge mit nackten Händen die Abortgruben reinigen mussten. Dabei wurde immer einer von ihnen gezwungen, mit einer großen Holzlatte auf seine arbeitenden Kollegen einzuschlagen und sie zur Arbeit anzutreiben. Am 11. November sahen wir, wie der schon fast taub und blind geschlagene Müsam auf dem Hof seine Freistunde verbrachte. Da Müsam zu schwach war, allein zu gehen, stürzte ihn ein Mitgefangener, ein gewisser Lewin. Plötzlich erschien der Kommandant Tank in Begleitung eines SS-Manns. Er trat auf Müsam zu und las ihm etwas aus einer Zeitschrift vor. Müsam nickte mit dem Kopf, dann entfernte sich Tank. Bald darauf erscholl der Ruf Fenster zu. Das war das Zeichen, dass die Luft rein war und die SS-Leute nun tun konnten, was sie wollten. 14 SS-Leute stürzten sich nun auf Müsam und schlugen grauenhaft auf ihn ein. Sie drängten ihn nach der Pforte der Zuchthauskirche, wo der Hofposten Müsam mit den Gewehrkolben einen so furchtbaren Schlag in den Rücken versetzte, dass er zusammenbrach. Man hörte nur einen einzigen Stöhnlaut. Müsam schrie nie. Selbst als man ihm beide Daumen brach, gab es nur ein unterdrücktes Stöhnen. Dabei handelte es sich um eine Episode, die nach Zenzels Angaben ein paar Tage früher stattfand. Erich hatte ein Gesuch eingereicht, an seine Frau schreiben zu dürfen. Als er später im Hof spazieren ging, erschien plötzlich ein SS-Mann mit dem russischen Hakenkreuzler Dimitrev. Dieser sagte zu ihm, Müsam, gib mir mal deine Hand. Als Müsam sich weigerte, gab ihm der SS-Mann den Befehl, Dimitrev die Hand zu reichen. Darauf ergriff der Schurke seine Hände und brach ihm beide Daumen aus den Gelenken. Nachdem er diese Heldentat vollbracht hatte, sagte er höhnisch, So, jetzt kannst du an deine Frau schreiben.